Dieser unfassbar krasse Ritz mit AMC, der geht weiter, der endet noch nicht, denn heute habe ich Zahlen und Fakten für euch, die von unterschiedlichen Brokern gereportet werden, die einfach nicht von dieser Welt sind. Genau darüber sprechen wir heute hier bei diesem Video. Vielen lieben Dank für alle Leute, die hier abonniert haben. Wir sind auf dem Weg zu den 1000. Vielen Dank an der Stelle für euren großartigen Support. Falls ihr Lust habt, euch das Daytrading und Swingtraden und Scalping Video anzuschauen, das findet ihr unten in der Videobeschreibung oder klickt einfach oben rechts auf das i. Da erkläre ich, womit ich die letzten 2-3 Jahre neben AMC und den ganzen anderen Meme Stocks verbracht habe, um nachhaltig gesehen Geld zu verdienen, nachdem ich es 2 Jahre lang verbrannt habe. So, kommen wir jetzt aber erstmal zu AMC. Uns geht es rein charttechnisch nicht ganz so gut, deswegen würde ich sagen, schauen wir da mal ganz kurz rein. Das Video hier nehme ich am 31. August auf. Ich werde dann zum Ende der Woche nochmal ein Update-Video bringen, denn wir haben tatsächlich gestern den allerersten Aufwärtstag nach einer längeren Zeit gehabt. Das große Problem, das ich gerade aktuell sehe, ist, dass hier in diesem Bereich, wo wir bei den 6 Dollar quasi waren, das war dieser Moment, wo die Richterin wohl von sich gegeben hat, dass es wahrscheinlich nicht zu dieser Conversion bzw. zu diesem Settlement kommt, also zu dem Vergleich, wurde er dann zurückgezogen, sie haben sich geeinigt und dann gab es diesen unfassbar krassen Abstieg. Das war, wo ich zu Gamescom unterwegs war in Köln, da habe ich dann meine Update-Videos gemacht und seitdem ist viel passiert. Man muss tatsächlich sagen, dass wir derzeit umgerechnet bei 1,30 Dollar liegen. Pre-Market liegen wir gerade bei 3,3% im Plus und das ist auch ganz gut. Ich für meinen Teil habe immer noch nicht bei Trade Republic meine zusätzlichen Shares bekommen. Pro 7,5 Aktien bzw. Anteile bekomme ich ja einen extra. Da ich nicht ganz so wenig Aktien von AMC habe, werde ich da auf jeden Fall nochmal zusätzliche Shares bekommen, die ja dann auch meinen Durchschnittspreis reduzieren sollten. Und ich muss auch sagen, ich habe nochmal nachgekauft in den letzten Tagen, einfach weil ich möchte, dass sobald wir in die Region von 50 Dollar, 60 Dollar kommen, dass ich theoretisch wieder meinen Break-Even habe, weil ich vorher einen Durchschnittspreis von über 10 Euro hatte. Wenn man sich jetzt den Weekly-Chart anschaut, dann sieht man ein Hoch von 400, was nicht ganz stimmt, weil da müsste 720 stehen. Die ganzen Daten sind absolut verrückt und wild und passen gar nicht mit irgendetwas zusammen. Die ganzen Broker auch international gesehen haben krasse Schwierigkeiten überhaupt die Aktien zu finden und trotzdem matchen die Daten, die gereportet werden, null. Also ich meine wirklich null und die Beweise, die zeige ich euch jetzt. Und zwar wurde bei E-Trade jetzt eine Short-Interest-Rate von 290,75% für AMC gereportet. 290%! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das stimmen sollte, dann werde ich mich mal ganz kurz anschnallen. Gleichermaßen stehen wir jetzt seit 47 Tagen auf der Threshold-List. Die FTDs, ja wo sind die denn eigentlich? Wo sind die eigentlich? Da gibt es noch einen spannenden Fakt, den ich jetzt schon sehr häufig auf unterschiedlichsten Plattformen gesehen und gehört habe. Und zwar, was ist eigentlich mit Ape passiert? Wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man immer noch Seiten, wo die Zinsen für das Ausleihen von Ape-Aktien steigen. Und zwar Tag für Tag. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Ape dürfte es ja eigentlich gar nicht mehr geben. Warum sollte man also die Shares sich ausleihen müssen? Als Hedgefonds beispielsweise. Ich glaube, diese Frage können nur sie beantworten. Gleichermaßen stellt man sich die Frage, wo kommen eigentlich die Millionen von Aktien her, die ja jetzt tatsächlich ja eigentlich ganz anders aussehen müssten. Weil achtet mal darauf, 2,8 Millionen. Das wurde nicht mal vor dem Split so dargestellt. Das heißt, jetzt sind das ja umgerechnet 28 Millionen Shares, also Pre-Split, die zum Ausleihen verfügbar sein sollen. Wo sollen die eigentlich herkommen? Ich frage nur für einen Freund. Und Broker wie Fidelity haben derzeit immer wieder Ausfälle. Robinhood, Fidelity, E-Trade. Aber hauptsächlich Fidelity, wo du teilweise in den Abendstunden nicht mehr traden kannst. Das können jetzt komische Zufälle sein. Aber ich bin ehrlich, an Zufälle glaube ich persönlich nach den letzten 2-3 Jahren eher weniger. Und auch, dass bei Fidelity tatsächlich von AMC Ownership gesprochen wird. Und zwar zu 100% werden hier Other angegeben. Das heißt, damit sind Retail Investor gemeint. Nicht die Institutionen, keine Mutual Funds, keine Insider. 100% Other. Also am Ende sind ja nur wir noch übrig. Und auch die Nachrichten gehen von, ey, das nächste Abseilpotenzial liegt bei 785%, wo wir dann bei 20,48$ liegen sollten. Und ach ja, die Short-Seller machen übrigens Millionen, wenn sie gegen AMC quasi handeln und auch agieren. Da hört man eigentlich von allen Seiten so viele unterschiedliche Aussagen. Und ich stelle mir jetzt derzeit die Frage, wem oder was kann man aktuell überhaupt noch glauben? Ich weiß nur, bestimmt wird es irgendwann zu AMC und GameStop einen richtig geilen Film, aka Dokumentation geben, wo das alles mal aufgeschlüsselt wird. Wir stecken da jetzt drin. Und wie auch in meinen anderen Videos habe ich gesagt, ich halte weiter. Es ist mittlerweile auch einfach nur noch lustig, sich das anzuschauen. Auch wenn ich mit einem weinenden Auge in mein Depot schaue und ich mir denke, hättest du damals bei 72$ verkauft. Aber das ist Leergeld. Das, meine Freunde, und das muss ich auch nochmal uns allen sagen, das wird uns nie wieder passieren. Nie wieder wird uns sowas passieren. Ihr dürft euch nur nicht davon abschrecken lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um sich eine zusätzliche Rente oder ein zusätzliches Einkommen generieren zu können mit ETFs, mit Dividendenaktien. Das ist ein Thema, das in Deutschland sehr wenig thematisiert wird und nur die konservativsten Methoden wirklich irgendwo überhaupt als Gesprächsthema geführt werden. Und dafür ist dieser Kanal hier da, um auch zusätzlich noch über Alternativen zu sprechen, die vielleicht ein bisschen risikohafter sind, vielleicht aber auch eher weniger. Auf jeden Fall ist alles in meinen Augen besser, als auf die Rente später zu warten. Und deswegen möchte ich in den nächsten Wochen und Monaten hier auf diesem Kanal Content dazu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert gerne und haut den Daumen nach oben, damit helft ihr mir und dem Algorithmus, damit diese Videos hier mehr Leuten vorgeschlagen werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns gemeinsam durchhalten. Ende der Woche gibt es nochmal ein Update-Video. Und dann reden wir mal über mögliche Strategien, was man mit AMC machen kann. Denn ich spiele derzeit mit dem Gedanken, wieder Puts zu verkaufen, um den Durchschnittspreis zu reduzieren und um zusätzlich Einkommen zu generieren. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.